Wir sind hier auf dem Stand bei Lely. Erklären Sie uns, was macht Lely? Wir machen von Lely Roboter-Technik im Stallbereich. Wir haben ein automatisches Melksystem, einen Stallreiniger, einen Spaltenschieber, einen Futterschieber und ein automatisches Fütterungssystem. Damit automatisieren wir den Stallbereich für Landwirte. Und Sie kommen? Ich komme aus Heeg Aarhaus. Da haben wir unseren Lely Center. Wir sind hier in Alpen. Mit dem Lely Center Köln arbeiten wir zusammen und sind hier auch im Messeland vertreten. Wie waren Sie mit der Messe bisher zufrieden? Ja, sehr gut. Also im Moment, wir hatten die letzten zwei Tage, war sehr viel los hier. Wir haben viele neue Adressen gewonnen. Viele bestehende Kunden haben hier geguckt. Wir haben hier einen gebrauchten A3-Roboter stehen. Da war für viele interessant, warum wir das machen. Und doch, also wir konnten immer viele Besucher auf unseren Stand bauen, ja. in der Zeit. Und da war für alle, die ich nicht gründen bin, wenn wir jetzt